ÖAMTC Fahrtechnik, Speedtraining. Hier kommt keine Langeweile auf. Unser Speedtraining richtet sich an alle Absolventinnen und Absolventen der Starttrainings. Beim Training geht es um aktives Fahren, richtiges Agieren und Reagieren, sowie erstklassige Fahrzeugbeherrschung und das alles in höheren Geschwindigkeitsbereichen. Trainieren Sie mit der ÖAMTC Fahrtechnik, Lenk- und Blicktechnik im höheren Geschwindigkeitsbereich, Kurvenfahren bei hohem Tempo, Gegenmaßnahmen bei Unter- und Übersteuern und richtig darauf reagieren. Richtig reagieren bei schleudendem Fahrzeug. Notsituationen bei höherer Geschwindigkeit bewältigen. Abschließender Erfahrungsaustausch. 結endem Fahrzeugausch. Ein cross-projekt Untertitelung des ZDF, 2020